Orangie, Ogon, 65 cm, Sansai, weiblich, auch von Higashi, also Endmaß auch hier, 80 cm, hat einen gestreckten Körper, langer gestreckter Körper, hat zur Hälfte weiße Flossen, das sieht sehr schön aus, hat einen super Glanz auf der Haut, also richtig schöner metallischer Fisch. Die werden sehr selten in Japan gezüchtet, also man sieht die kaum noch, Orangie, Ogon, wer hier Interesse hat, wir haben vier Stück Laub, alle so in der Größe, aber das dürfte jetzt von der Qualität der Beste sein, wir zeigen dann die anderen auch noch, auch der kann dann bis Mai hierbleiben für den Kaufpreis, was da steht. Und die Flossen komplett weiss, also sehr schöner Fisch.